So Leute, wir sind in Villingen heute. Villingen im Ländle. Freut mich ganz besonders. Wir machen jetzt Soundcheck, bereiten uns für die Show vor und haben eine ganz romantische Location heute im Industriegebiet. Aber es wird geil. Wird mega. Wir machen hier die Löcher zu, damit Boss und Horst auf ihren Stühlen ordentlich rocken können. VIP-Pässe natürlich. Natürlich, was sonst? Wir sind jetzt beim Band-Dinner und heute ist was Besonderes. Wir haben nämlich für unseren Meet & Meet Gewinner eingeladen, mit uns zu dinieren vor der Show. So, das machen wir jetzt. Alles gut? Alles gut? Ja, Fan-Treffen mitten im Gange. Herrlich. Also, ich würde sagen, auf der Skala von 1 bis 10 ist heute eine glatte 10. I love it. Feiern das gut? Ja, das ist eine Zeit, Bruder. Und auch noch mal. Danke. Gute 1.99. Wollt ihr noch ein Ring? Schau. Es geht los! Showtime, Leute! Ja, das ist es! Ja! iembre hugelles sich mal. Gute Fremde. Kuhen. Musik 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 Yeah! Wie geil hat das schon ein Filling! Die Stimme ist komplett über! Die Leute waren so geil! Es war eine der geilsten Shows! Juhu! Musik Musik So Leute, frisch ausgeschlafen in Bonn! Ich habe schon einen wunderbaren Podcast machen dürfen! Und jetzt geht es zum Soundcheck und dann Same Same But Different wird Bonn gerockt! Musik 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 Hallo Leute! Herr Gwonson hier! Ich lasse mich gerade die Zipfer flechten von dieser charmante junge Dame. Sie heißt Melissa und ist die Tochter von unserer Merchandising Frau Yvonne! Und ich lasse mich verwöhnen! Und angeblich habe ich sehr weiche Haare! Stimmt das? Ja das stimmt! Ich bin sehr weich! Musik Kleine Fitnesseinheit vor der Show! Damit wir nicht komplett versumpfen den ganzen Tag! Musik 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 Tschüss, Melka bei dir, ja tschüss, oder? Musik 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 Musik